Dieser Ford S Max ist hier zum Verkauf angeboten. Der braune Van ist 5 Thürich, bietet Platz für 5 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei unter 28.000 km. Die Erstanmeldung war Ende 2014. Der Van bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Isofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Partikelfilter, Einparkhilfe, und vieles mehr. Der sparsame Diesel überträgt eine Leistung von 140 PS auf ein Automatikgetriebe. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 25.439 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit.